Menschen verschwenden so viel Zeit. Und dann wünschen sie sich, sie hätten mehr davon. Sie wollen, dass ihre Tage mehr Stunden haben, ihre Jahre mehr Tage, ihr Leben mehr Jahre. Denn wenn ihnen all diese zusätzliche Zeit zur Verfügung stünde, könnten sie jeden Fehler wiedergutmachen. Ich brauche weder Stunden noch Tage noch Jahre. Ich brauche nur Sekunden. Ich brauche zu muden. Ich brauche Sie die Güte und sie passen. Ich brauche sie auch. Ich brauche sie die Hilfe zu leggen. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Insofern ichugi. Das war's für heute. Ich erzähle euch etwas über Zeit. Wenn man nicht das Beste aus jedem einzelnen Moment herausholen kann, verdient man auch keine einzige zusätzliche Sekunde.